Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben. Heute ist Freitag. Wir nehmen euch heute wieder mit. Gestern habe ich euch ja nicht mitgenommen. Und ja, ich hatte gestern viel zu tun. Putzen, Kuchen backen, ein bisschen was gekocht. Da wir gestern Besuch hatten. Es war richtig schön, denn wir waren ja damals zusammen schwanger. Also meine Freundin und ich, wir waren damals zusammen schwanger. Ich mit Selina, sie mit ihrer Tochter. Und die Kleinen sind halt, bis sie, ich glaube drei waren, so zusammen aufgewachsen und waren immer beste Freundinnen, voll süß. Und ja, als wir dann nach Thüringen gezogen sind, habe ich euch ja erzählt, hatten wir keinen Kontakt. Und jetzt haben wir wieder Kontakt und die Mädels verstehen sich so super. Die wollten gestern gar nicht mehr loslassen. Die standen, glaube ich, an der Tür und haben sich zehn Minuten lang umarmt und wollten sich nicht mehr loslassen. Und das war so süß. Auf jeden Fall hat Selina ihre beste Freundin zurück. Ich habe angefangen, mich zu schminken gerade. Ich habe jetzt Make-up dran und Augenbrauen und wollte euch die Wimpern zeigen, wie ich die dran mache. Denn zu viele von euch haben jetzt gefragt. Ich glaube, ich habe euch angesteckt mit den Wimpern. Auf jeden Fall wollte ich euch mal zeigen, was ich damit gemeint habe. Aber ich habe ja... Moment, ich drehe euch mal. Und ich trinke meinen Kaffee noch zwischendurch. Mein Cappuccino. Genau, ich habe euch ja erzählt, aber nicht gezeigt, wie ich die Wimpern mir selber gebastelt habe. Und zwar sind das Kiss-Wimpern von der Drogerie Müller die günstigsten. Bei den Magnetwimpern habt ihr ja eigentlich zwei Teile. Moment kurz, ich muss mal kurz auseinander machen. So, jetzt. Also bei den Magnetwimpern habt ihr ja eigentlich zwei solche. Einmal für oben und einmal für unten. Und ich habe mir das untere, weil ich damit überhaupt nicht klar kam, ich habe das nicht zusammenbekommen. Also ich stand da keine Ahnung wie viele Minuten und dann habe ich aufgegeben, weil ich kein Geduld habe für sowas. Und deswegen habe ich mir die unteren zerschnitten. Ich habe mir die kleinen Magnetteile einfach so Stückchen von den Magnetteilen abgeschnitten. Einmal für links und einmal für rechts. Und so setze ich sie zusammen. Genau, so ist es einfacher. Und glaubt mir, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, geht das so schnell. Also habe ich auch nicht gedacht. Ja, die kleine Maus sollte eigentlich schlafen, weil die ist schon sehr lange wach wieder. Es ist jetzt genau um acht. Ich wollte es euch mal zeigen. Ja, die ist glaube ich schon zweieinhalb Stunden wieder wach. Aber ja, mal gucken, ob sie schläft. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Also Vorführeffekt. Mein Akku blinkt. Ich hoffe, das reicht noch. Auf jeden Fall nehme ich mir das kleine Stückchen hier. Müsst ihr mal aufpassen, weil das... Also ich habe eine magnetische Zange. Man kann sich auch eine unmagnetisch, also keine, die magnetisch ist, dazu kaufen. Aber es geht auch so. Braucht man nicht extra. Und dann mache ich das so. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich halte es einfach hier so dran. Und mache das hier drunter. Zack. Ja gut, das war jetzt... Ich sage ja Vorführeffekt. So, nochmal. Also so dran halten. Und dann geht ihr einfach von unten so dran. Und dann, zack, ist es schon dran. Seht ihr? Und dann das gleiche hier vorne. Müsst ihr es einfach nur so ein bisschen dran halten. So. Und dann von unten... Das ist jetzt ein bisschen schief. Manchmal geht es gleich beim ersten Mal. Manchmal nicht. Manchmal verrutscht es halt. Aber das... Aber das... So. Jetzt ist es dran. Zack. Und das war's. Ja. Übung macht den Meister. So. So, die Kleine schläft. Ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar hat der Roy was zum ersten Geburtstag schon bestellt für die Kleine. Wir möchten nämlich eine Tonybox kaufen für die Kleine zum ersten Geburtstag. Haben wir uns überlegt. Und Roy hat gestern... Ne. Vor zwei Tagen, drei Tagen zufällig bei Instagram so ein Angebot von O2 gesehen. Und die verkaufen Tonys. Moment. Ich zeige es euch mal. Die verkaufen Tonys. Vier Stück für 30 Euro. Also da spart man dann... Ich glaube eine Tony kostet glaube ich 14,99 Euro oder so. Habt ihr quasi zwei umsonst. Voll süß. Und Lukas guckt das gestern so an. Und da so... Kann man das essen? Ist das Marzipan? So, ne. Das kannst du nicht essen. Ich bin auf jeden Fall so süß. Bin ja mit einem Blümchen. Ein Hörspiel. Das geht 42 Minuten. Und dann... Ich bin ja von dem hier total begeistert. Leo Lausamaus so süß. Weil, ja, sie heißt ja Leonie und Leo Lausamaus irgendwie. Es ist... Ja, passend. Finde ich. Da die Kleine Maus mit dem Rucksack. So grüß ich. Und hier ist so ein Hund. Kenn ich gar nicht hier. Das ist Musik. Mal schauen. Und einmal so eine Maus hier. Kenn ich auch nicht. Das ist auch Musik. Genau. Ja, vergoldig. Ich habe vorhin schon die Flaschen gemacht mit der Kleinen und die Küche aufgeräumt. Nur durch die Pfanne muss hier abgewaschen werden. Und meine Freundin hat gestern Süßigkeiten mitgebracht für die Kinder. Und sind alle raus. Dreimal dürft ihr raten. Mein Aqua wieder leer. Ich stecke den gleich mal hier an, damit ich es nicht vergesse. So. Und jetzt gehe ich wieder hoch, weil ich habe gehört, die Kleine ist wieder wachs. Fertig. Fertig. So, die Kleine Maus hat jetzt getrunken. Und, schaut mal. Der Kuchen ist gestern richtig gut angekommen. Nur noch drei Stücke übrig. Ja, der ist richtig gut geworden. Obwohl da keine Karotten drin waren. Trotzdem richtig saftig. Wir müssen heute unbedingt zum DM. Wir brauchen nämlich ganz viele Sachen. Ich muss am besten eine Liste machen. Obwohl wir letzte Woche bei Rossmann waren, habe ich ein paar Sachen vergessen. Und ein paar brauchen wir halt wieder. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ein Großeinkauf. Ich habe zum Geburtstag nämlich 15% bekommen. Und, ja, das nutze ich aus. So, wir sind in der Küche vor dem Kochen, aber haben ein Problem. Selina hat sich ja Nudel auch noch mit Bokuli gewünscht hier. Aber klar, ich weiß nicht, dass ich nicht bekomme. Wir haben kein Käse. Och Mann. Und deswegen müssen wir uns was anderes überlegen. Der Kühlschrank steht auf. So ist immer der Kühlschrank auf. Ja, entweder wir machen die rote Wurst, was wir morgen machen wollen. Oder einfach Spaghetti mit Tomatensauce. Machen wir einfach Spaghetti mit Tomatensauce. Na dann. Die Spülmaschine ist dreckig, gell? Wegstreichen. Das hier. Das magst du auch nicht. Ja, ich will das weghaben. Selina hat mal keinen McDonald's. Hallo. Hör auf, sonst macht er deins weg. So gibt es jeder Streit. Welche Nudeln sollen wir nehmen? Ja gut, wir haben nicht viel Auswahl. Penne? Hilft das okay? Penne? Okay, also. Tomatensauce. Haben wir überhaupt Tomatensauce? Nee. Wir haben Tomatenmark. Das reicht. Ganz alleine. Ganz alleine. Mal üben, gell? Ui! Ander, ander, ander. Ander, ander, ander. Oh, bei Selina klappt das gut. Ganz alleine. Deine Schwester konnte schon sitzen mit acht Monaten. Ganz alleine hat sie gespielt. Ich kann immer noch sitzen. Ja, guck mal, wie schön sie sitzen kann. Oh, die Zwiebel verbrennt. Soche. Ah, scheiße. Das ging aber schnell jetzt. Ich hab's noch gerettet. Sieht gut aus. Wie? Nur mal jetzt eine ganz einfache Soße mit Brühe, Knobi und Salz. Ja. Und machen vielleicht heute Abend dann die roten Würstchen. Ach, mein Monitor hat alles schon gedreht. Ach, was mach ich denn? Der Roy macht heute wieder Überschunden, weil sie wieder fünf Kranke haben. Ja, ich sag's euch. Ich brauch unbedingt mein Auto, weil das ist so nervig, das mal zu warten. Ich mag das nicht. Und wir sind eigentlich schon losgefahren zum DM und wir wären schon längst zurück, gell? Und könnten spazieren gehen. Wir gehen jetzt aber auch spazieren. Ja, sonst hätte ich mitgehen müssen. Du armes Ding. Ja. Ich sag ja, die ist heute so frech, die Senina. Die Kinder machen Sport. Machst du Sport? Ach, Sport. So, ich laufe jetzt mit der kleinen schnell zum Kaufland, denn das wird dann später zu stressig bei das DM und Kaufland. Denn wir kriegen morgen Besuch, morgen kommen meine Eltern zu uns zum Mittagessen. Und da muss ich ein paar Sachen besorgen, wie Salat, Gurke und sowas. Und ich hab jetzt mit meiner Schwester gerade am Telefon ausgemacht, dass wir irgendwas mit Hähnchen machen. Also ich, ich mach sowas wie Frikasie, sowas ähnliches. Ich mach da ein bisschen Gemüse noch mit rein, genau. Sowas haben wir jetzt geplant. Es ist richtig windig draußen und die Wolken sind schwarz. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht an zu regnen. Und dann, naja, ich laufe jetzt mal los und dann gucken wir mal. Ich hab der Kleinen jetzt nochmal eine Milch gemacht. Ja, jetzt geht's los. So, ich bin jetzt wieder nach Hause gelaufen. Denn es ist so stürmisch, dass mir mein Schirm fast weggeflogen ist. Ich hab das Gefühl gehabt, meine Wimpern fliegen weg, die sind aber noch dran. Und dann hat es noch angefangen zu regnen. Und ich dachte mir, nee, jetzt musst du zurück, bevor es passiert. Und noch den Kinderwagen gegen den Sturm geschoben. Also das geht gar nicht. Also müssen wir später zusammen mit Euro zum Kaufland. So, bevor wir losfahren, kriegt die Kleine noch Mittagessen. Das ist das vorletzte Mittaggläschen. Ich sag immer Gläschen. Ich muss sagen, mir persönlich schmeckt am besten, also von den Mittagsbreichen her, Karotte, Zucchini, Haarflocken. Ich finde, das schmeckt am besten. Aber der Kleine hat wirklich alles geschmeckt. Also sie hat alles aufgegessen. Ich kann es euch mal zeigen. Nur noch vier Stück da oben. Sonst alles aufgegessen. Banane war gestern lecker. Mit Hafe. Wie süß sie wartet. Schaut mal. Wie freut sie. Essen, essen. Lecker, 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 lecker. Eins für Mama. Ja, nein, du bist. So, endlich im Auto. Der Reuer ist jetzt da. Ist jetzt schon nach 15 Uhr, Viertel nach. Und der Reuer hat gerade gesagt, er ist an der Stadt vorbeigefahren. Und das ist alles total verrückt. Weil die stehen, die Leute, bis zur Straße, um in einen Laden reinzukommen. Und das haben wir Angst. Wir wollten ja eigentlich nächste Woche, wenn er frei hat, nach Stuttgart fahren. Und wir hatten das ja schon mal, dass dem Milaneo so voll war, dass man nicht mal auf Toilette konnte. Dass die, keine Ahnung wie viele Leute da standen vor der Toilette. 100 Leute damals. Und dann kriegst man ja schon die Krise. Äh, ja. Soll erst mal gucken, ob wir das... Soll es jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Monate so sein, gell? Dass die Leute da in die Läden stürmen. Also irgendwie kommen wir nicht zum Shoppen. Ja. Und wieder bestellen alles und anprobieren und sowas. Deshalb, ja. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Gibt Schlimmere. Ich tue jetzt sowas, wir hätten ein volles Problem. Kleine Zier. Schläft nicht, weil sie hat voll lange auf der Couch geschlafen nach dem Spazieren vorhin. Also nach diesen fünf Minuten, wo ich draußen war, wo ich fast weggeweht wurde. Jetzt hat sie Mittag gegessen. Ist voll, gell? Die Mütze ist von der Zuschauerin. Voll süß aus. So, wir beladen mal ganz schnell den wir im Einkauf. Mousi ist da. Woher schickt Lukas ein Bild von Schafi. Wir haben jetzt den ganzen Wagen hier voll gepackt. Ein paar Angebote, aber ich zeige euch alles zu Hause. Mousi ist schön. Hier geht das zu Hause. Es war so voll im Kaufland. Oh Gott. Wir haben uns richtig beeilt. So, ich zeige euch mal ganz schnell, eben schnell durch das, was wir gekauft haben. Schlagsahne für die Soße, dann Salakis ist im Angebot für 1,07 Euro. Dann hat Roy wieder Erster mitgenommen. Karotten von morgen, Salat, Zitrone, zwei Gurken, Zwiebeln von morgen, dann Hähnchenbrust. Wir haben noch Gurkenlione und Schweinebraten mitgenommen. Die Tschüss sind im Angebot für 79 Cent, da habe ich mal zwei für die Kinder mitgenommen. Dann so Aioli, war auch im Angebot. 1 Euro irgendwas, 1,50 Euro, glaube ich. Da habe ich mal sowas hier mitgenommen. Von morgen, zwei im Orangensaft und für die zwei Mädels von meiner Schwester würde ich mal so Osterkalender mit Schokolade, damit sie es besser einteilen kann, damit sie nicht alles auf einmal essen. Für Süß mit dem Hasi sind die eigentlich gleich, ja. Das ist immer besser, wenn die gleich sind. Die DM-Sachen, da verlinke ich euch das Video in der Infobox genau im Haus, weil das ist dann schon online. Wo ist die Maus? Sie kriegt ihre ersten Kekse. Für was sind das diese Kürse-Dingungen? Sie freut sich so. Nee, ich dachte, darüber hat sie sich gefreut. Die hat sie wohl in der Infobox genau. Ja, genau. Und wir beides. Leonis erster Keks. Das ist ein Rosenstiel. Guck mal. Guck mal, sie isst zum ersten Mal was. Sie isst zum ersten Mal was. Nach acht Monaten kriegst du nichts mehr zu essen. Das ist eine Ahnung. Ja, das machen wir heute so. Dankeschön. Stimmt, davor musste man ja immer vorhin sein. Ja, ich habe erst mal den Tee hier. Bereit schon hier, Lieber? Oh, Papi, was machst du? Lass sie doch erst mal essen. Oh, wie süß. Schmeck's. Guck hier drauf, weißt wie, als wirst du sich wohl auskennen. Aber so trocken bestimmt nicht. Ja, das wird ja, das löst sich auf. Guck mal, wie du das anguckst. Du hast schon die Hälfte weg, siehst du das? Ja, wo ist das jetzt? Wie schmeckt das? Ja, im Magen. Das löst sich auf. Wow. Wie du das anguckst. Hä, wo ist das hin? Das wird ja immer kleiner. Mami, ist meine Milch schlecht? Die ist so hart heute. Hast du keine Flaschen gemacht? Wie süß. Siehst du, das haben wir uns auf Video. Verschluckgefahren. Immer wieder angucken. Grundsätzlich nicht im Liegen geben. Ja, das stehe ich immer. Immer Tee dabei. Achten Sie auf regelmäßige Zahnpflege. Okay? Mit 34% Liohörse. Das sieht so süß aus. Ich fress dich gleich auf. Hä? Bist du blöd? Was war das nicht? Der Papa ist ja voll geschmiert. Da roll ich so gerade. Guck mal, ich habe einen Bobbel auf der Hose, einen Bobbel auf der Hand. Mami isst schon das zweite. Schmiert Papa voll. Ja, jetzt musst du sitzen bleiben. Esst du das? Ja, absolut. Das ist kein Stift. Das kann ich meinen. Ja, heute obliegt es mir, uns zu verabschieden. Und zwar tue ich das jetzt gerade vom heutigen Vlog. Und ich hoffe, Martha hat euch viel Freude bereitet. Und die Kinder auch. Und ich auch ein bisschen. Und ja, genau. Ja, wir räumen jetzt noch ein bisschen auf hier. Ich habe gerade Abendbrot gemacht. Und ja, jetzt lassen wir den Abend ausklingen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis bald. Bis bald.